Okay, was geht ab? Heute mal Runde-HG. Wir spielen Anker, weil Anker geil ist, weil die Leute nicht wegrennen können. Wir laufen in Richtung... Ja, wie laufen wir da in die Richtung? Scheiß drauf. Yeah. Okay, warum ist meine Hand jetzt so komisch? Ich höre, dass meine Hand wieder normal ist. Mann! Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen neuen Arbeitsspeicher für meinen PC gegönnt, Junge. Dass meine Hand jetzt so kacke ist, dann riebe ich übel auf. Oh nein, ich mag sowas gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe einen 144 Hertz Monitor. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Das hatte ich aber schon recht, recht lange. Aber was am krassesten ist, ich habe mir jetzt einen 16 GB Arbeitsspeicher geholt. No joke. Richtig heftig. Also, es fühlt sich so smooth an bei Minecraft. Das ist so heftig. Das macht so viel mehr Bock zu zocken gerade. Ja, tatsächlich brauchen wir ein bisschen mehr Recraft, damit man Leute killen kann. Ja, aber nichts ungut. Das ist halt so. Die Spieler sind halt alle ein bisschen besser geworden. Aber vielleicht kommen wir auch in Zukunft neue Spieler vorzu. Nach dem Video, was ich ansage an die Zoo Community, da habe ich tatsächlich mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Das war auch sehr, sehr nice. Ich habe sehr, sehr viel Input bekommen und Neuerungen erhalten und so. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was in Zukunft auf uns zukommt. Und ich wäre auf jeden Fall offen für vieles. Sei es andere Versionen, anderes PvP, neue Versionen. Ja, habe ich schon gesagt. Einfach mal so rundum. Erneuerung. Das wäre mal ganz cool. So, First Fight. Patek. Das fühlt sich so smooth an, ne? Das ist so unglaublich. Ja, und ich spiele 1.8. Ich weiß nicht, wieso. Aber wenn ich halt auf Gomme oder so spiele, bei mir ist es halt immer zu blöd, dann extra nochmal die Version zu wechseln und so. Deswegen spiele ich halt immer 1.8. Und tatsächlich habe ich meine Refill-Technik geändert. Mist da irgendwas, komm mal runter. Und zwar refill ich immer so, also ich schlage ja mit Butterfly auf einer Seite, sage ich dazu immer. Ja, natürlich ist mein Mikrofon Schrott gewesen. Habe ich natürlich in der Runde nicht gemerkt. Ja, ich habe jetzt ein neues Kult von meinem nicht fahrenden YouTube-Money. Ja, ich hoffe, das kommt demnächst jetzt nicht mehr, diese komischen Geräusche. Aber in diesem Video müsst ihr jetzt leider damit leben. Spaß. Das mache ich einfach auch beim Refillen, dass ich so mache. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also die Refills sitzen teilweise. Ich muss mich natürlich erstmal dran gewöhnen. Ich bin natürlich immer noch nicht so warm. Ich spiele ja noch nicht so lange wieder. Ich habe jetzt 2 Jahre Pause gemacht ungefähr. Und äh. Ich glaube, das Rumlaufen beim Ankern, das ist echt für die meisten verwirrend. Also der Refill war zum Beispiel mega stabil. Nicht. Okay. Irgendwie merkt man das immer. Also ich versuche mir anzugewöhnen, viele zum Beispiel, wenn man Out-of ist, tryharden dann umso mehr. Beim Anker-Spielen. Und ich glaube, man muss einfach immer so spielen, als hätte man keine Supes mehr. Weil dann merkt man immer richtig, wie viel schwerer das ist, gegen den Gegner zu spielen. Äh. Ja, aber ihr könnt das gegen jeden anwenden, nur nicht gegen mich. Weil ich habe jetzt kein Bock auf die übelsten Tryhard-Anker-Fights-Law. Ähm. Ja. Ich bin so begeistert, wie smooth das ist. Leider könnt ihr das nicht selber sehen. Warte mal. Irgendwas stimmt hier mit meinem Mausbid immer noch nicht. Das ist so. Hm. Das verrutscht immer so. Deswegen kann ich nicht richtig recraften. Das nervt total. Mann. Scheiße. Okay. Nächster Gegner. Oh. Ich liebe es, wenn jemand 2-1 wird und ich dann dazukomme. Und dem dann helfe. Äh. Obwohl das Einzige, wenn der jetzt natürlich stirbt, dann habe ich natürlich ein Problem. Deswegen stirb ganz schnell. Stirb bitte ganz schnell. Sonst werde ich gleich 2-1. Und das mag ich nicht. Ja. Du hast 2-1. Du warst das. Du hast 2-1. Und... Nee, tut mir leid, Diggi. Ich will Fights haben. Ich will ein Video hochladen. Ich will Fights haben. Es tut mir dann leid. Aber ich möchte hier durchstarten. Wenn ich dann hier mit jedem tschuße, dann wird das nichts hier. Sorry, Bro. Also wenn du was siehst, tut mir leid. Bitte MSG mich jetzt nicht und beleidige mich. Das ist da gegen hier Diggi. Sorry. Nächster Fight gegen Let's Linus. Digger Fight. Ja, ich klicke oder ich refill gerade nicht so, wie ich eigentlich vorhatte. Das ist so ein bisschen dumm. Oh mein Gott. Also diese Joke Recraft ist echt behämmert von mir, ne? Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Moistess. Moistess. So, 7 Kills wäre echt eine coole Runde, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich mag einfach Anchor spielen irgendwie übel gerne. Ich kenne viele, die hassen das. Jo. Ich glaube, er farmt Iron, dass das jetzt nicht so was Geiles ist. Ähm. Ne, okay. Okay, sorry, Bro. Oh Mann, das tut mir so ein bisschen leid. Ja, ich hoffe, euch hat die AG-Runde auf jeden Fall gefallen. Achso, ich kann euch ja nochmal meine Refill-Art zeigen. Also ich mach's so. Ja, perfekt. Ja, so. So, Mann, jetzt hab ich's nochmal gezeigt. Ich muss das erstmal, ich muss erstmal wieder reinkommen, aber eigentlich ist das ganz geil. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich fand die ganz cool. 7 Kills, das mag man auch gerne. Äh, 50% der Leute in der Runde gekillt. Haut da rein, wir sehen uns im nächsten Video. Und tschüssi. Ja, nicht? Vielen Dank.